Ich habe mir gedacht, ich mache von dem kleinsten Koffer aus dem dreiteiligen Kofferset doch noch mal ein Video. Weil ich habe den Koffer noch gar nicht von innen gezeigt, wie die sind. Ich habe gesagt, das Kofferset ist schön, klein und handlich. Habe ich sehr wenig für bezahlt für das Kofferset, deswegen habe ich es mir auch für abgegriffen. Normalerweise bin ich immer mit, naja, hatte ich immer eine Reisetasche. Aber ich habe mir gedacht, wenn es so ein schönes Kofferset ist, dann musst du dir das auch mal abgreifen. Weil das Design schon ziemlich cool aussieht. So, wie man bei den anderen Koffern gesehen hat, kann man das hier abziehen. Zack, hier ist auch diesmal keine Schutzfolie drauf, bei den anderen war überall noch eine Schutzfolie drauf. So. Firma F23, dieses Design heißt glaube ich Jerrycan, wenn ich mich nicht irre. Hier oben, Griff, dann hast du hier noch mal zum Rollen, weil man hat ja, wie man auch schon gesehen hat, vier wunderschöne Rollen da drunter. So, stopp, zack, nochmal hoch, hier ist der Schutz für das Schloss, der muss auch ab, ist von vornherein auf 000 eingestellt, der ist auch schon offen, sehr gut. So, machen wir den mal auf, zack, komm, mal öffnen, ist halt ein echt cooles Design mit diesem Reservekanister, der da drauf ist, mit dem Metall Reservekanister. So, und so sieht das Ding von innen aus, hier hast du deine, ganz normale Sicherung, die hier drinne ist. Na, zack, na die auch. So, jetzt habt ihr das Ding auch nochmal von innen gesehen. Dann hat man hier oben noch das Netz, wo man seine Klamotten hinter verschlauen kann. Das Design ist jetzt nicht so toll, aber dafür sieht es halt von außen sehr geil aus. Und jetzt habe ich, wenn ich verweise, auch mal Hartschalenkoffer. So, seht ihr nochmal? Ich werde euch das Ding auf jeden Fall auch verlinken, war jetzt nicht das aussagekräftigste Video, aber ich wollte euch nochmal das Design zeigen, wie das aussieht. Diese Marke hat noch ziemlich viele andere coole Designs von Hartschalenkoffern. Link unten drin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denn dann.